so die zwei die 19 noch gut würde ich sagen das steht mal aber hier eine weitere baustelle ich muss weg ich muss ich muss hallo ich hasse creeper habe ich glaube schon mal gesagt kann es sein bestimmt schon wieder eisen und wohn so da kommt das eisen immer jetzt mal mit in unserem lager verschimmelt das genauso wenig wie hier so da wird schon fast sagen das war es dann für diese aufnahme session anderthalb stunden haben jetzt knapp ja vielleicht kriege ich noch eine folge voll ich weiß es nicht genau wenn wir mal sehen obwohl wir könnten ja mal anfangen ja genau doch das können wir noch machen ich habe jetzt noch ein paar kürbisse einstecken und hier ein paar fackeln haha kürbislaternen schön ne laub habe ich jetzt natürlich nicht mit aber ich ja doch wir müssen noch genug da haben vor allem möchte ich darum kein biegenlaub nehmen das war jetzt der biegenlaub was ich verbaut habe so schauen wir doch mal meine kehle wird langsam trocken ich muss demnächst mal was trinken kann ein bisschen wasser oder sowas oder ein feierabendbier könnte ich auch machen doch wir haben uns kurz vor fünf kann ich auch ein bier trinken war das jetzt gehässig nö naja okay gut ich bin ja auch schon seit einem halb vier wach ne also muss man ja auch ein bisschen nachsehen so schwert komm mit schwert sag ich mein kart komm mit so warte mal die pack ich jetzt erstmal hier rein so dass da das da und ein antriebs loire eine angetriebene loire sogar komm mal jetzt kann ich melone essen weiß zwar immer noch nicht genau wie viel das zurück gibt aber ist egal ist ja egal so dann gehen wir doch noch mal in das lager hallo also grüß noch nicht mal das blöde viel doch ein bisschen später lange leitungen so naja gut ich spielst du auch beim elektriker mit die haben ja meistens lange leitung es nee hat das jetzt wie gesagt eichenlaub brauchen auch nicht so viel so obwohl wir könnten uns noch ein paar kerzen machen da ist nichts mehr drin was haben wir denn hier da auch nichts mehr okay haben wir da noch was drin sieht schlecht aus okay wird dann machen wir uns eben noch ein paar doch so viele sticks packen wir jetzt noch das eisen weg so ja für den singleplayer ist das gar nicht mal so verkehrt so viel eisen zu haben komm zack 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 und du wieder da da geht es rein so ja ich bin immer noch am überlegen wie ich mir das das lager richtig aufbauen kann ein steck steck reicht gut machen wir die noch mal rum zack 27 erreicht das mal so dass da das und dann die kohle wieder da rein und dann können wir doch mal gucken wo wir uns doch so ein paar laternen hin knallen zum beispiel hier hier sieht es doch ganz gut aus obwohl er doch mal hier auch zwar ein bisschen viel war ein bisschen gut gemeint nur so ein bisschen so eine laterne und dann so haben wir hier eine schöne beleuchtung ohne dass sie auffällt ja ich glaube hier könnte man auch noch einen machen ja wobei unter den bäumen definitiv so machen wir hier noch mal eine alter also die 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 schaufel die ist richtig böse ja die könnte ich aber auch noch mal reparieren kriegen wir das noch hin ja das kriegen auch noch hin so ich wollte es extra jetzt mit den kürbis laternen machen na weil ja ich mich halt nicht überall fackeln oder sowas hinstellen oder hier die 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 redstone lampen was sind das hier das geht aber gar nicht naja egal und fand es dann einfach eine idee so können wir hier vielleicht noch irgendwo ja komm mal hier noch eine so weil ich könnte natürlich auch hier noch ein paar fackeln dran machen aber das sieht dann meines erachtens auch ein bisschen doof aus deswegen nehme ich dann lieber so so kürbislaternen kommt hier weil die sieht man nicht gleich und die strahlen dann auch schön noch eine gleichmäßige wärme aus wollte ich schon sagen allerdings na saß mir ja lichtquelle lichtquelle so aber hier noch so in die nähe von den bäumen auf jeden fall dann hier auf jeden fall noch eine uhr ist jetzt schon wieder gott das hat sich verhakt so wobei die taste war es nicht aber ich glaube irgendwie so na saß mir ach komm jetzt habe ich kein kein lock da noch mal so so das stört mich nämlich ein bisschen die zwei blöcke könnten auch nur weg so da kann man hier noch ja doch hier auf jeden fall noch eine hin machen so jetzt kann ich mal gucken eine ok eine keule wissen wenig aber egal vorerst reicht es mal so hier noch eine das wollte ich das wollte schon immer machen wieso so kürbislaternen machen so hier könnte man das dann ein bisschen noch ausweiten aber machen wir hier noch eine kürbislaterne hin so und dann 1 2 3 4 wunderbar hier genauso so und so und so und dann hier noch eine hin so schön oder hat doch was vielleicht können wir dann sogar so machen ja ja das gefällt ihm das gefällt ihm gut jetzt habe ich bloß zu wenig dinge naja egal so jetzt war noch drei lampen dann passt was ist auch mit den dingern so ja doch hier kann man noch einen hin machen so und wo noch hier nee da will vielleicht will ich vielleicht noch irgendwas anderes hin machen hier das sieht doch nach einem guten platz aus so gut jetzt gehen wir noch die schaufel reparieren und das war es dann auch für heute so brauche ich noch ein paar diamanten 1 2 diamanten dürften nicht ausreichen so einen ambos 2 diamanten so schaufel und jawohl ja doch passt sauber ja in diesem sinne würde ich dann sagen wo baue ich jetzt halt mal ich habe doch hier noch ein bett nein das soll dahin so warte mal ich packe jetzt noch das inventar leer ich packe jetzt noch das hinten alter was für ein deutsch so ich habe direkt mal die kiste gefunden das ist ja genial so als hier noch die dinge die und die wobei die nicht die kommen da rein so sagen wir hier danke was bist du vielen dank für die tolle aufnahme grüßchen doch ach ist das geil ist das geil danke mit sowas hätte ich ja gar nicht gerechnet dankeschön hat mir auch sehr viel spaß gemacht alter alter also das das kriegt das kriegt jetzt noch einen platz fertig so 1 2 3 4 5 6 7 8 ein leder so das kriegt jetzt noch einen ehrenplatz definitiv so einen rahmen und kam her liebes buch das ist jetzt so egal so zack nein fertig da rein danke sauber ist ja ich cool das ist echt mal eine nette geste danke doch falls man zuhörst zuhörst und zusehst vielen dank ich winke mal so ein bisschen so ok ich denke mir so schlafen und dann passt das aber auch für heute ach ja es hat mal wieder riesen spaß gemacht ich hoffe euch hat natürlich auch spaß gemacht und ich konnte euch ein bisschen unterhalten und so so sieht er mich besser und ja vielen dank fürs zusehen auf jeden fall ich hoffe euch hat soweit gefallen ich würde sagen gehabt euch wohl haut rein und wir sehen uns beim nächsten mal also tschüss